Wir haben die Scheibe einfach gehalten, gecycled und dann habe ich gesehen, dass die Scheibe wieder das Tor geht. Da habe ich einen guten Pass zum JJ, der sich zu mir abgelegt hat und ich habe einfach aufs Tor gezogen und dann war er zum Glück drin. Das war's für heute.